Mein Name ist Vincent Schwab, ich bin 17 Jahre alt, spiele Innenverteidiger, kann aber auch Außenverteidiger spielen. Meine bisherigen Vereine waren die SG Oftersheim, der SV Waldorf Mannheim und jetzt der SV Sandhausen. Mein Vorbild ist im Fußball ganz klar Ronaldo und ansonsten Spieler wie Kobe Bryant, finde ich sehr interessante Persönlichkeiten. Meine Lieblingsmannschaft in FIFA ist Real Madrid. Mein persönliches Ziel ist es, mich jede Woche weiterzuentwickeln und eine Profi zu werden. Und das Ziel mit der Mannschaft ist es, möglichst oben dabei zu bleiben und wenn es geht aufzusteigen.